Und damit herzlich willkommen zu unserem Let's Play Together Minecraft mit dem Shampoos LP, also Shampoos und mir dem Koko911 und ich würde sagen wir fangen hier gleich mal mit abbauen an. Ja, würde ich auch sagen, ne? Also fangen wir auch nochmal, hallo? Ja. Und gleich kommt bei mir, oh, hier, hohe Arbeitsspeicher, Auslastung durch, ja, aber, ja, also durch Minecraft. Ne. Doch. Ich glaube, das habe ich auch trotzdem immer. Na, auf jeden Fall kriege ich nicht diese Meldung, aber das liegt daran, dass ich ein Mac habe, aber ich weiß gar nicht, ob es da so eine Nachricht gibt. Oh Gott. Also auf jeden Fall hatte ich die noch nie. Und ich höre auch gleich die Kuh. Die macht Mu. Genau. So. Ich habe den Skin von den Zombies zu deinem Skin geändert. Wie, jetzt siehst du mich im Zombieskin? Ja, also nein, ich habe, ich sehe die Zombies in deinem Skin. Oh. Also wenn ich den dann für eine Rüstung zuwerfe, ist du, oh. Ich wollte das mal ausprobieren, vielleicht geht das auch gar nicht. Aber ich denke schon. Das, das brauche ich noch. Willst du ein Holzschwert erstmal? Ne, ich will ne Hacke. Okay, dann mache ich denen nochmal ne Hacke. Ne Hacke oder Spitzhacke oder? Spitzhacke. Wollen wir hier bauen? Hier ist es auch schön. Ja, können wir gleich machen. Aber erstmal, wo bist du, wo bist du? Hier, da. Ich habe da nämlich schon ein, zwei Höhlen gesehen, wo wir uns schon mal Stein abbauen können. Na, das hier ist keine Höhle. Da hinten scheint irgendwie eine Schlucht oder sowas zu sein, wie ich vermute. Ich würde noch nicht so viel sprinten. Ich würde nicht so viel sprinten. Guck da mal rein. Hier, komm mal hierher. Geil. Guck dir den Bug hier an. So geil. Wollen wir den kaputt machen oder nicht? Nein. Dann gehe ich rein. Meinst du den Creeper? Ne, ich mache mir hier aber einen Runtergang. Einen Runtergang? Einen Runtergang. Ey, ich habe schon gleich Eisen, ne? Ah, scheiße. Creeper, wo hast du den hingeworfen? Ah, bist du das da? Ja, da ist ein Creeper. Scheiße, du bist ein Creeper. Schlag ihn nicht, hol schon mal ein paar. Eisen kann man nicht abbauen, oder? Äh, mit einer Holzpitz haben wir auch nicht. Ja, ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Da mache ich erst mal ne Workbench. Ich habe eine. Okay, dann gib die mal. Hier, komm zu mir. Wer fährt her, da passiert ja nichts. Ja. So. Mach ich erst, baue ich erst mal das Eisen ab. Mach das. Ich bau dann schon mal Kohle ab. Gleich. Ach, ich mache dir auch mal einen Stein teil. Oder nicht? Nee, brauchst du nicht. Ich mache mir gleich selber noch eins. So. Oh, der nächste Creeper. Wir müssen später noch mal einen Namen für diese Rüge finden. Ich habe ihn gehört. Ja, die sind aber auch laut, ey. Ruhestörungen. Was ist doch jetzt Mittag? Ist doch noch Mittag. Äh, Mittagsruhe einhalten, ey. Verklag die jetzt. Ich kann gleich die ersten Fackeln machen. Yay. 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 Ich habe schon elf Eisen. Das ist gut. nice. Und ich habe gleich auch den wie elf oder zwölf Kohle oder so. Vergiss hier Kohle auf deinem Weg durch die Höhle. 13, äh, 14 sogar. Ja, ich habe jetzt schon sechs. Ich überhole dich noch. Ich habe jetzt acht. Ja, jetzt habe ich nur noch drei. Aber 44 Fackeln. Komm, ich erwähne jetzt schon. 17. Wie viel Holz hast du noch? Äh, fast 64. Kannst du mir mal ein paar Fackeln geben? Wollen wir dann später am Strand bauen? Ja. Also hör mal auf, ich... Ich möchte hier mir gerade was. Sorry. Ja, sorry. Ja, ich wollte den Stein abbauen über die anderen habe ich aus Versehen noch länger gedrückt gehalten und dann... ...siehlt. Ich könnte mir auch selber Fackeln machen. Hm. Das machst du denn nicht. Habe ich jetzt aber. Wirklich? Ja. Es wird dunkel. Hier drin ist es sorry, schon dunkel genug. Okay. Wollen wir am Strand oder hier drin bleiben? Hier drin erstmal, oder? Ja, hier drin erstmal. Hast du schon Schafe gesehen? Nein. Leider mündet hier drin irgendwie keine Höhle. Was sehr schade ist. Vielleicht finden wir hier noch ein Bergwerk. So was ist... Man ist ein Min. Nein. Ja, ist ja ein Bergwerk eigentlich, oder? Ja, bloß. Das finden wir hier nicht. Das sage ich dir schon. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ja, ich auch. So ziemlich eigentlich. So, ich habe jetzt schon neun Eisen. Ich habe elf. Yay. Yay. Ich leuchte hier mal aus. Das ist mir zu gefährlich. Oh, das ist gefährlich, du. Gefährlich, gefährlich. Gefährlich. Soll ich uns mal wieder einen Weg nach oben bauen? Da ist doch ein Weg nach oben. Ja, aber... Ein gefährlicher Weg. Nö. Wasser ist, finde ich, nicht so gefährlich, wie, wenn sich einfach eine 1x1 Treppe baut. Die einfach frei steht. Das ist gefährlicher. Bei Wasser kannst du dich noch abfangen. Bei so einer Treppe eher nicht. Ne, doch schon, aber schwer. Ne, gar nicht. Du kannst dich nicht abfangen bei einer Treppe. Weil du fliegst ja, sage ich jetzt mal, die Treppe geht ja immer weiter und du fliegst an der Stelle runter. Gerade. Wow. Scheiß Kies, ey. Boah, ey. Geht voll nicht, ey. Ey. Ich könnte jetzt hier runterkrachen lassen. Nein. weiteren neuen Eisen ist das schön ist das schön sorry, ich war gerade so ein bisschen abgelenkt so oh, ich habe nur noch zwei Rindfleisch ist die Soundqualität denn von mir einigermaßen okay? ja ja, oder ne, ja ja, oder ja, nein schaffe ich das darüber? ich glaube nicht scheiße was ist ich bin hier runterge... wie bist du da hochgekommen? nach dort Alter oh, Spinne ich will meinen Zombie sehen würde mich jetzt interessieren, ob das geht ich habe noch kein Schwert oder so was? ein Herzen habe ich noch hast du was zu essen? nein scheiße, kein Spinnauge? nein ich werde jetzt sterben ich kann dir gleich was zu essen geben okay diese dumme Spinne ey so, da hinten ist das Gelände so du hast du hast du hast aber selber noch Fleisch, ne? ne hast du das aufgegessen? ja das hättest du braten können, das weißt du mehr ja ja, ich weiß hier kommt erst mal das Spinnauge danke so, im Ofen kocht jetzt für dich was schön schön so ich hab dich gerecht kommst du wieder runter? bist du noch da? ich muss mal kurz ach ja, sorry ich hatte aus Versehen eben gerade das Mikro ausgeschaltet kannst du meine Sachen einsammeln? ich bin ja eben gerade zu sproren ich hab die ganze Zeit hier gequatscht und irgendwie hast du nicht geantwortet ich wundere mich so okay ich glaub ich komm jetzt auch mal hoch ich glaub es wird langsam Tag wieder ne, es wird's auf jeden Fall aber es wird nie wieder Tag und ich hab noch kein Zombie mit deinem Skin gesehen ich seh deinen Namen creeper von hinten scheiße oh toll jetzt müssen wir den Strand hier wieder aus da komm auch ein Creeper kümmere dich warum den aber lass ihn nein, alter, ja komm, du hättest es auch nicht anders bekommen ja, hallo, komm ich war grad in meinem Inventar ja, ich hab nur noch ein halbes Herz ich hab nur noch ein halbes Herz sieh was zuhören ein der jetzt hier 3 ja, es sind ja auch dreimal explodiert oh wo ey, das ist der Sand reicht, reicht nicht mehr für ein Loch du musst es ja jetzt auch noch gar nicht ausfüllen da hinten ist glaube ich nämlich eine Wüste trotzdem wir wollen die Wüste nicht doch, die graben wir aus das ist unser Gruben-Strand ne, obwohl es kein Strand ist, aber naja, ihr wisst, was ich meine ja hoffe ich ich besser das hätte aber aus, das sieht nämlich scheiße aus das reimt sich ach, da kommt der gute Kiel ja dann hä, aus meinem Texture-Pack zeig mal, ich will jetzt auch ein Vorjahrs mal sehen scheiße, das ist der Falsche ja, da ist ne Wüste was, hat es eben gerade gelegt, ey ich habe gar nichts mehr bekommen so, der ist der war auch, du oh, ey ja, mach es doch besser, mach es doch besser, wenn der da einmal auf dich losgeht gib mir ein Schwert ja, okay dann komm zu mir hä? okay, ich nehme alles zurück hallo, lass mal ein Komponente, wo hier ist, Skeletti mir ist übrigens auch gerade ein Creeper explodiert Alter, das nächste ist Skeletti wenigstens droppen die was, was wir brauchen können und zwar Knochen für Knochen wäre als erstes würde ich dann ein kleines Gehege für die Krüche anlegen mhm ich würde sagen, wollen wir in zwei verschiedenen Häusern bauen oder ist mir scheißegal können die ja verbinden genau ach komm, wie viel haut der denn weg ist doch echt verarscht, langsam mit diesen Creepern aber sonst macht es ja auch keinen Spaß mehr, weil man sich nicht so ärgert ja Gott, dann hat man ja gar nicht mehr, wenn man die ganze Zeit nur ja Gott macht Spaß ja Gott macht Spaß ja Gott ja Gott